Wir machen 20 Minuten Pause. Ihr wisst euch den wunderbaren Karrenbohler, den man rocken kann. Schauen wir, ob wir in 20 Minuten hier sind. Wenn es jemand interessiert, hier vorne habe ich ein paar CDs. Zum Beispiel die letzte, die wir zusammen aufgenommen haben. Das ist jetzt das Ende der Welt. Das ist mit der Band zusammen. Und das hat noch andere Sachen, ihr seht. Und jetzt kommt ihr noch, bevor wir wirklich Pause machen, und dann kommt noch einen Applaus für den, der seit 20 Jahren immer mit mir unterwegs ist und mit der Band unterwegs ist. Und dort im Goldhochert. Und ich werde mich vorher vergessen, als ich die Band erfolgt habe. Kudi Lutz. Und er verfolgt den für mich. Da hat er erzählt. Und er hat heute einen Assistent bei sich. Er macht quasi ein Praktikum bei uns. Das ist Noah. Das ist das für mich. Das ist das für mich. ist das für mich. Die Ausfluss. Keine Ausfluss.